So, ich geh mal im Labor rein Jaja, mach das Hast du zufällig noch Knochen bei dir? Ne, ich hab gerade aber noch einen in irgendeine Truhe geschmissen Einen Knochen in die Truhe geschmissen? Ja Passt, nehm ich gleich wieder, mach Knochenmehl draus und kann uns wieder nochmal vielleicht, wenn ich gut bin, drei äh Döffelchen rausholen So, und eines lass ich immer schneller wachsen, das da Guck mal, Obsidian, geh kaputt Geh kaputt, Obsidian, los Los, Pikachu Tonnerblitz Wall Tackle, nein okay Bin Level 11, komm her schnell Los, 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 los Ja, ja, ich bin noch hinter den Also ich muss ehrlich sagen, das ist einer der besten Äh, wie heißt das? Best, äh, na? Wie nenne ich das? Ja, ja. Wenn jemand sich alles terminisiert, wenn jemand sich immer einen Kalender unterschreibt, so. Geplant. Genau, ja, der geplanteste und geordnete Let's Player weiß nämlich wann seine Aufnahme abkackt. Oh, scheiße. Ist deine abgekackt? Meine nicht, nein, aber die von daraus kackt in 15 Minuten ab. Oh. Ich weiß gar nicht, wie lange meine noch hält. So, du mieser Bastard, hier. Die dürfte noch ein bisschen halten. Schauen wir mal. Und wie viel? Zwei, immer noch. Wobei, gib ja mal, gib ja mal, bitte, ganz kurz. Will nur was probieren. LOL, immer noch. Ja. Warum das denn eigentlich? Keine Ahnung. Hier, kriegst du trotzdem. Ist trotzdem stärker. Ja. Das auf jeden Fall. Wir packen die Diamanten rum. Geweckt da! Geweckt da! Das sind meine Experience Points. Aua! Du Spast! Was machst du da? Ich hab Laber gesetzt. Pfff. 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 Du Trottel, ey. Pfff. Du hast mir den Eimer gegeben. Wieso gibst du mir auch nen Eimer? Jetzt weiß ich, dass ich das nächste Mal nicht mehr machen werde. Hier in den Eimer. Du Arsch, ey. Ich kann mit Eimer nicht umgehen. Du Trottel. Alter. Hätten wir nicht so ne geile Rüstung, wären wir jetzt schon erledigt. Das war sowas von schlecht. Alter Schwede. Hab ich aber lange nicht gesehen. Das ist tief. Ich wollte den Ofen öffnen. War aber nicht der Ofen, den du da geöffnet hast. Nein. Du hast mich beinahe bei 180 Grad gebacken, ey. So geil. Scheiße, ey. Ich glaub, das nenn ich Laber-Action, Alter. Wir brauchen noch Essen. Essen. Ich hab 15 Kartoffeln. Ja. Wir brauchen Essen. Komm her da. Ja. 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 Oh ja. Okay. Jetzt gehen wir rauf, oder? Wir müssen rauf. Ja. Wir müssen aber gucken, wo der Weg geht. Äh. Du weißt schon, ne? Wir sind dumm. Warum? Du kannst die Gelbe Wolle nur setzen, wenn du ne zweite Gelbe Wolle im Inventar hast. Das heißt, wir müssen zum Spawn. Ja. Schreib dir die Koordinaten schnell auf. Äh. Kugelschreiber? Ich hab keinen. Ja, ja. Ich muss aber gerade suchen. Ich bin Gamer. Ich hab keinen. Ich bin auch Gamer. Ich schreib... Ich schreib... Ich schreib alles in ein Dex-Dokument. Ich hab nen Bogen, ne? War ein halb kaputten, aber ich hab nen Bogen. Ich hab auch nen Bogen. Aber einen guten, ne? Ja. Ich hab den Eimer verzaubert. Ja, eben. Aber meiner... Meiner ist... Meiner ist fast kaputt. Ja gut, dann nutzt ihr das Verzaubern auch nicht. I love you baby. I love you baby. Heilige Scheiße. Jetzt hab ich nen Ohrbaum von nem Scheiß. Ich hab heute nen Film gesehen, wo das gesungen wurde. Und durchgehend dann... So. I love you baby. Colin hat mal aufgeschrieben. Dann versuchen wir uns hier hochzugraben irgendwo. Aber gerade so. Ja, aber so, dass wir halt auch den Weg wieder runterlaufen können. Nicht, dass wir uns gerade raufbauen. Okay. Du weißt, wie ich meine, ja? Jaja, Brudi. Ich hab keine Schaufeln mehr. Ich auch nicht. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht weggesnackt. Ist auf jeden Fall zur Mitte. Ich versteck mir auf jeden Fall mein gutes Schwert. Sprich, ich lau... So. Ich lauf mit dem schlechten Schwert. Komm, kommst du mit? Jaja. Ich setz Fackeln zwischendurch. Einfach mal so zwischendurch. LOL. Wie wir einfach bei jeder Hülle immer wieder neu rauskommen, ne? Oh Gott! Boah! Er schiebt da voll die Panik, ey. Steve! Was'n? Geh da weeeeg! Ich bin da doch schon weg. Oben bauen. Ohne Witz liegt die Panikschiebe, ey. Das kam echt gut, ey. Sobald ein Spieler da ist, schreicht dann... Oh mein Gott, nein! Dann kreischst du wie so ein kleines Baby, ey. Ja. Wir sollten schon langsam eigentlich die Wolle geplatziert haben. Nee, noch nicht ganz. Nicht? Oh Gott! Wir haben glaub ich noch vier Minuten, wenn ich mich richtig entsinne. Wenn du dich richtig entsinne. Ja. Wenn ich mich richtig entsinne. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Seit wann entsinnst du dich richtig, Alter? Wenn wir dich zu spät gesetzt haben, dann tut uns das natürlich leid. Natürlich von Herzen. Das sehen wir natürlich erst nachher. Das ist das Problem. Genau. Erstens das und zweitens. Wir werden auch irgendwie Tribut zahlen für das, dass wir einen Fehler gemacht haben. Nämlich, wir werden unsere Schutz-3-Rüstung hergeben. Nein, natürlich nicht. Leck mich am Arsch. Das ist verrückt. Sag ich doch. Leck mich am Arsch. Lass mich das zubauen, Mann! Geh weg da! Du bist so doof, ne? Geh einfach weg! Bau das zu. Ja, ich kann das. Hab ich doch. Nee, hast du nicht. War meine Arbeit. Ich hab zugebaut. Und wieder eingebaut. Ich hab's auch da lassen können. Dann hätten wir das als Lootausgang nehmen können. So. Zugebaut. Weil ich's kann ja. Ich hab mir jetzt aber nur die Koordinaten aufgeschrieben von unserer... Zurück! Was ist denn? So. Achso. Ich hab mir jetzt nur die Koordinaten aufgeschrieben von unserem Dingsbums. Dingsbums. Lager. Bums. Vom Geheimen, jaja. Genau. So, dann da rauf. Boah, dann war ich mal weiter höher, Alter. Ohne Witz. Kein Bock mehr. So. Wir müssen da rauf, hab ich gehört. Hauptsache wir sind schon ziemlich gut ausgerüstet. Dia-Sachen. Ja, so letztes Battle war ja scheiße. Ja, letztes Battle haben wir auch richtig reingekackt. War aber cool, war lustig. Schauen wir mal, wo wir dieses Mal landen. Letzter können wir ja nicht werden. Ja, genau. Ist ja schon ein anderes Team gelandet. Sag mal, welche Höhe wir sind, bitte. Äh, wir sind Höhe 49. Okay. LOL! Da ist ein Gang. Das ist nicht unsere, ne? Egal, wir wollen uns höher. Ich geh jetzt gucken. Das sieht aber aus wie unser Gang. Ähm, kannst du Fackeln setzen bitte? Ich hab nichts mehr. Ja, ja, ich muss da bereits zu machen. Ich würd sagen... Na komm, Wasser. Ich glaub wir sind oben. Ja. Ja. Fuck, ja. Oh! Und rauf, komm. Drei. Dwei. Los geht's! Genauso glücklich, wenn ich dauche. Wo machen wir denn nochmal Screenshots? Bei Minecraft? Komm rauf da! Komm endlich rauf! Mit F2! Ja, ich bin doch schon so gut wie oben. Ja, ich hab Angst alleine, sorry, ne? Ich hab jetzt mal einen Screenshot von Nicole Nacken gemacht. Achso, geil. Die Aufnahme ist dann ja irgendwann zu Ende. Gleich irgendwann. Jo. Ich hoffe, er nimmt jetzt die ganze Zeit auf, wenn... Ja, ich hoffe. Also, meins nimmt die ganze Zeit auf. Ja, meins scheint auch noch zu laufen. Ich lauf mal hier in die Richtung, ich weiß nicht, ob da der Spawn ist, aber... Wird wohl. Wir sind nämlich... Das Wolle. Das Wolle, bau ab. Wir haben noch schwarze Wolle im Lager. Das heißt... Wie heißt die Stopp? Wir müssen ja schreiben. Äh... Einmal... Warte, warte. Welche Wolle war das? Zyran. War das echt Zyran? Ja. Ein helles Blau, ja. Ist Team Zyran? Ja, dann sag mal Team Zyran abgebaut. Einmal Zyran abgebaut. Wie spät haben wir's? 1.08 Uhr. Wie ein Sch. So. Wir nehmen dir. Nicht erschrecken, wir nehmen dir. Okay, wohin jetzt? In welche Richtung sind wir gelaufen? In die, okay. Ich folge dir einfach. Und das gute Schwert weglegen, ne? Ja, gut, als Tarnung, ne? Ja. Dann schnell aufs gute Schwert wechseln, wenn du siehst. Ich lauf mit nem Bogen herum. Ja gut, ich guck gerade, ob wir nicht vielleicht ein bisschen Wolle finden. Bei jeder Staffel ist es so, ey, wenn ich Wolle suche, find ich sie nicht. Ja, und wenn man sie nicht sucht, findet man sie. Ja. Wo ist das Born? Weißt du das zufällig jetzt? Äh, ja, in die Richtung da weiter. Gut, dann laufen wir rüber. Keiner von uns hat Federvoll oder so, ne? Warte, ich muss was essen. Okay. Naja, ich bleib, ich bleib bei dir, Sir. Wir sind, äh, wir sind GI Joe, die besten Agenten der Welt, ne? Ja, genau. Wer ist der beste Agent auf der Welt? Ranjit! Ranjit! Du machst sogar mit, nochmal! Wer ist der beste Agent auf der Welt? Ranjit! 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 Läuft, würd ich sagen. Ja, natürlich, Alter. Überhaupt, wenn du mitmachst. Ja, muss ja, ne? Ja, natürlich, Alter. Muss sich das ja angewöhnen. So, wo war jetzt die Mitte? Das sieht geil aus, der Berg hier, ne? Ja. Ja. Da hätten wir uns einfach ein Let's Play Together draus machen können oben. So, mit Farm und sowas, ne? So, so, erste Folge, die große Farm. Zweite Folge. Hier hätte ich gerne was reingebaut. Was? Hier hätte ich gerne was reingebaut, ja. Sag ich doch. Die große Farm. Lol, wir sind gleich am spawnen. Ja. Du weißt schon, dass wir Blöcke haben, ne? Wir können uns hochbauen. Ich weiß, aber ich springe ja. Da ist der Spawn. Schnell, lauf rein, weil beim Spawn können sie uns nicht mehr attackieren. Warte. Was ist denn noch? Da ist der Spawn. Echt? Das ist der Spawn, ja. Noll. Hast du Leben verloren? Ja. Okay, Alter, wenn das du nicht gewesen wärst, ne? Hätte ich mir gerade in die Hose gemacht. War schon knapp davor abzudrücken. Jetzt haben wir im Lager noch ne Wolle. Jetzt müssen wir gucken, wie wir die dann nachher hierher kriegen. Wir halten wir als Reserve. Jo. Gelb. Du musst ne gelbe Wolle rausnehmen. Keine Ahnung. In der gelben Mecke. Ja, du auch. Nein, nein, nein. Ich nicht. Wir müssen ja beide eins planten. Ah ja, scheiße. Stimmt ja. Fuck. Äh. Ja, eines von dem da. Dann haben wir noch ein. Nicht drei. Sieben. Ja. Okay, wo? Oh mein Gott. Ich hab beinahe kein Essen mehr, Alter. Warte, fuck. So, gleich wieder futtern. So. Wo blenden wir? Da hinten sind die welche. Vorsicht. Wir bleiben im Spawnraum. Hinten links sind welche. Hinten links sind welche. Ja, aber bleiben im Haus drin. Ich fand das cool. Die haben unsere Namen wahrscheinlich gesehen. Ich duck mich. Guck da hinten. Siehste? Ja, ich bleib in dem Haus drin. Ohne Witz. Ich lock die Camper. Ich lock die Warte da. Ich lock die. Ja. Die campen. Wollen wir campen oder weglaufen? Locken. Die locken. Sollen wir schießen? Nee, nee. Noch nicht. Wer ist das? Ratamun? Ja, Mann. Auf jeden. Er schießt. Er zielt. Geh rein in den Spawn ohne Witz. Oder willst du kämpfen? Ähm, du hast geschossen. Steve? Ich weiß. Ich schieß. Steve! Ich will ihn haben. Du willst ihn töten. Die haben volle Dir-Rüstung. Wenn wir jetzt sterben, ne? Wem willst du denn? Das ist Ratamun und den anderen. Eigentlich ist mir sowas von scheißegal. Getroffen. Ich hab keine Pfeile mehr. LOL. Der Zombie hat ihn beschützt. Du bist gut im Bogenschießen, hab ich gehört. Geht so. Ne Witch. Ne Witch. Alter, die greift sie an. Oh Gott. Zombie. Boah. Ja. Schieß doch. Schieß weiter. Es laggt. Es laggt, ja. Schieß weiter. Schieß. 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 Hast du zufällig irgendwo Pfeile für mich? Soll ich hinlaufen und angreifen? Ne, ne, warte. Loll. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt Winnie Craft und so. Scheiße. Winnie Craft hat mich von hinten attackiert. Ich bin tot. Nein. Ich bin auch tot. Verdammt. Ernst? Ist das ganz tot? Ja. Und unser Zeug ist auch weg? Ja klar. Die haben uns gekillt, Mann. Oh, Steve. Was willst du verlangen? Du bist auch verreckt, Mann. Fuck. Wir haben kein Leben mehr, ne? Doch, wir haben noch ein paar. Drei. Aber jetzt haben wir unser ganzes Zeug los, Alter. Was haben die denn schon für Ausrüstung? Wollen wir auf sie losgehen? Wir haben sie geschwächt. Wir haben Angriffsschutz, ne? Ja, wir haben Angriffsschutz, solange wir nicht auf sie losgehen. Geh ich nicht. Ich leg meine Waffe extra ab. Wo bist du? Steve? Warum dauchst du? Ich hab ein bisschen Stuff von uns aufgesammelt. Ernsthaft? Diamantenzeug oder so? Ich hab keine Ahnung. Weil ich bin da gestorben und da... Alter, ohne Witz, ohne Witz! Ich geh weg da. Boah, das find ich voll gemein. Von hinten kommt Winnie einfach, ne? Oh, scheiße, ey. Wir haben nicht auf unseren Rücken geachtet, ey. So ne Kacke. Ich dachte mir aber schon, ne? Ich wollte gerade sagen, es wäre total gemein, wenn jetzt jemand von hinten kommt und auf einmal kommt der, ne? Ja. Ja. Ja.